Hallo alle miteinander, ich habe mir auf der Animagic den Manga Personal Paradise Brave Brother 2.0 gekauft und auf dem letzten Drücker wurde er Gott sei Dank nochmal von Melanie Schopper signiert. Einfach, sie wäre an dem Tag nur noch 5 Minuten am Stand gewesen. Ich war nur am Samstag auf der Animagic, bedeutet es hatte zu klappen, nur ich war so chaotisch, total bescheuert unterwegs, deshalb war ich heilfroh, dass es mir doch noch irgendwie gelungen ist. Und ich freue mich immerzu, wenn ich einen neuen Band von ihr in den Händen halte. Einfach dieser drastische Wandel vom Zeichenstil her, diese drastische Veränderung, ich finde das immer so schön mit anzusehen, mit zu verfolgen. Dann konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, nochmal das Shigishi signiert zu bekommen. Als Vorlage galt dabei das Cover von Miss Misery, beziehungsweise die Neuauflage davon. Es wurde ja alles nochmal nachgedruckt und den habe ich mir auf der Frankfurter Buchmesse 2017 signieren lassen. Ich habe auch so viele Fragen gehabt. Auf jeden Fall, wenn man eben die etwas ältere Mände von Melanie Schopp an den Händen hält, merkt man einfach, was ich eben erwähnt habe, dieser drastische Wandel. Ich finde das immer so schön mit zu verfolgen, wenn Mangaka besser und besser wird. Dann hätte ich hier nochmal Personal Paradise und auch auf der Buchmesse wurde der signiert. Im Übrigen sieht man hier immer bei den Zeichnungen, wie viel Zeit und Mühe sie investiert, obwohl sie so viele Leute zu versorgen hat. Ich hatte auch einige Fragen, wurden geduldig beantwortet. Sie ist so sympathisch und lieb, ich mag sie wirklich sehr. Und hätte ich hier den Flyer zu den Signierstunden, einmal Personal Paradise und dann nochmal Verliebt in Japan. Ich weiß noch ganz genau, dass Schneeballensfall zu der Zeit noch rausgekommen ist. Dann hätte ich hier noch zwei Shigishis, auch von der Buchmesse gewesen. Und ich war Samstag und Sonntag da, bedeutet, ich musste es mir natürlich doppelt holen. Hier hätte ich etwas, das ich ein bisschen außen vor gelassen habe. Beallis Magic habe ich schon öfters gesehen gehabt, aber da bestand nie von meiner Seite aus Interesse. War dann doch bei der Animagic bzw. danach der Fall gewesen. Habe mir Band 1 gekauft, gelesen, konnte mich nicht komplett überzeugen und Band 2 ist noch nicht draußen. Dann My Hero Academia, ein Poster bzw. 3, wenn man so will. Und irgendwie die eine Hälfte auf der Animagic bestand nur aus My Hero Academia-Cosplayern und die andere Fraktion war Sword Art Online bzw. Kirito und Asuna, aber die sind ja auf jeder Messe der Running Gag schlechthin. Die Reihe nehme ich wieder in Angriff. Dann dürfen natürlich die Glückskekse nicht fehlen. Jeder begehrt irgendwann Fehler. Man muss sich nur bemühen, nicht wieder den gleichen Fehler zu machen. Das ist aus Overlord und ich habe mich dann hinterher dumm geschimpft, weil ich darauf hätte kommen können. Nur auch als die anderen ihre Glückskekse vorgelesen haben, ich war ratlos. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe geraten und lag dabei eigentlich so gut wie nie richtig. Aber es gab auch keinen Glückskeks doppelt. Und gerade weil das nicht so offensichtlich ist, finde ich das super, super toll. Der einzige Unterschied zwischen einem Anfänger und einem Meister ist der, dass der Meister öfter gescheitert ist, als der Anfänger es überhaupt versucht hat. Ich habe gar keine Ahnung. Es ist aus Assassination Classroom. Mann, jetzt kann ich auch sagen, hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber ich finde das einfach nur eine schöne Sache. Das hat auch gar kein anderer Verlag. Nur Carlsen macht das so. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.